ja liebe freunde ich verabschiede mich hiermit für die nächste woche wir sind auf der gamescom vertreten falls ihr das video jetzt vielleicht ein bisschen später seht ich blende hier noch mal kurz unsere t-shirts ein damit ihr uns auch erkennt wenn ihr dort sei wir werden alle teile da sein als sonnerstag bis sonntag ich denke aber dass wir hauptsächlich morgens bis mittags da sind also nachmittags wenn wir dann wahrscheinlich raus gehen weil es eh zu viele leute sind falls er uns antrifft wir haben buttons dabei die verschenken wir an euch und mal gucken vielleicht trifft uns jemand das wäre echt geil wäre echt nice ich kann es aber kaum vorstellen bei so vielen leuten und ich denke mal dass wir hauptsächlich also wir gehen auf jeden fall zu sony wir gehen zu ubisoft und wir gehen zu ea da sind wir auf jeden fall wenn wir natürlich auch noch bei activision vorbeigucken also wir haben etwa vier hauptthemen und da werden wir jeden tag morgens da sein falls ihr uns sucht und hauptsächlich werden wir dann auch bei der let's play bühne sein und uns ein paar acts angucken und alles aber ja also falls ihr und sie einfach ansprechen wir sind für euch da wir haben auch ein edding dabei für alles mögliche und videos sind jetzt hochgeladen hexit läuft habe ich jetzt nur bis donnerstag hochgeladen weil ich hätte jetzt keine zeit mehr neue folgen aufzunehmen das wird dann aber nach der games kommen anders wissen montags wieder zu hause und da würde ich dann wieder aufnehmen hexit und ja die anderen sachen sind jetzt größten teils hochgeladen und dann würde ich sagen für die leute die auf die ganze game games kommen gehen ja bis dahin und vielleicht sieht man sich tschüss